Dich hier ist eigentlich noch nett? Doch. Ja, ja, wenn nicht. Hm, da ist noch so einer. Scheiße, ich wurde heißen. Naja, egal. Rüst mal nachher auf. Wieso kommt mir eins auf einmal so schnell vor? Keine Ahnung. Weil ich mir das Sache einbild, das es gar nicht gibt, und das schon die ganze Zeit. Ach, steht halt nicht dauernd im Weg. Das ist ja schlimm. Äh, Kraftwerk, kann da noch eins hinbauen? Komm, irgendwo da. Gott, ist meine Basis wieder mal eng zusammengestaucht. Was zur Hölle, haben die da für komisches Dreieck in der Hand? Soll das darstellen, bitteschön. Ist das abgeschlossen? Forschung? Nee. Hä? Ah, mein, äh, Panzer. Gott. Dieses Spiel, äh, die nächsten Folgen werden wahrscheinlich wieder unglaublich spannend sein. Oder diese Forschung allgemein. Energieforschung abgeschlossen. Dampfturbine erhöht Leistungsabgabe. Ah, ja, genau. Eine Dampfturbine erhöht die Leistungsaufnahme. Konstruktion abgeschlossen. Schon klar. Genau. Stammt doch nicht irgendwie noch aus der Steinzeit oder so. Nein. Und ich muss mich mal kratzen hier am Ohr. Ist immer scheiße, wenn man das Headset so auf hat. Hey, was? Was soll denn das? Präpariert ihr auch mal mit? Äh, haben die jetzt was kaputt gemacht? Nicht so wirklich, ne? Nö, 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 nö. Na, tu, die tun das so. Die wollen nur spielen. Lala. So, was erzähl ich noch? Keine Ahnung. Wo, der LKW muss ja noch aufrüsten. Ach, fantastisch. Äh, ihr könnt wohl wieder speichern, ne? Ach, Blödsinn. Speichern ist was für Leute, die möglicherweise verlieren. Aber ich gewinn ja bloß. Also, daher brauche ich im Prinzip überhaupt nichts speichern, ne? Können wir einen Speicherplatz sparen? Ja, weil ich ja so wenig Speicherplatz hab. Mein, drei Festplatten mit 2,8 Terabyte. Boah, ich kann immer noch 3 Stück reinstecken. Ui, 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 ui. Ja, das lassen wir aber lieber. Momentan, ja, doch. Genug, es wird reingekauft mit neuen Netzwerkkarten, weil die alten Chips kaputt sind und die Ersatzkarte zum Ersatz nur gedacht ist und, naja. Zähle ich da überhaupt schon wieder Zeug, das gerne interessiert. Oder ich will irgendjemand was über meine neue Netzwerkkarte hören, die ich morgen bekomme. wahrscheinlich morgen bekommen, möglicherweise morgen bekommen. Nein, gut, dachte ich mir. Ich pflaster diesmal alles voll mit Luftdauerwehr. Konstruktion abgeschlossen. Dann, obwohl, ich muss hier... Diesmal wäre ich nix mehr... Oh Gott, ich hab keine Energie mehr. Geil, ey, scheiße. Konstruktion abgeschlossen. Und voll ist er. Äh. So, Konstruktion da oben, ne? Produktion abgeschlossen. Das könnte so ein wenig dauern. Ach, wir sind mal mutig und gehen mal auf Erkundungstour, damit es das Gaselangweilig wird. Schau mal, was man so findet, denn... Ich sehe ein Geschütz, also eine Basis, oder ne? Äh, ja, ich sehe Raketen. Feindliche Basis, Ende. Ich sehe eine feindliche Basis. Ich sehe, dass meine Einheiten umkehren, kaum, dass ich fünf Meter gefahren bin. Ich sehe, dass ich gleich meine Einheiten verlieren werde. Geile Scheiße. Ich sehe, dass ich besser ganz schnell wegfahre. Konstruktion abgeschlossen. Geil, ein Einheiten verloren. Und die anderen kahlen sich wieder voll. Nein, ja, habt schon recht. Habt schon recht. Was fahrt ihr auch? Warum auch wegfahren? Wozu denn? Ja, und die haben wieder 20.000 Kilometer Reichweite. Ja, genau, und ich das... Jetzt fahrt ihr halt neulich wieder, Mensch! Alter, was haben die für Reichweiten? Komm! Wieso habe ich sowas nie? Jetzt fahrt ihr endlich rein! Äh... Alter, ich will auch mal so Reichweiten wie die haben. Das ist ja krank. Oh, was steht ihr da überhaupt rum? Weil ihr kein Geld habt. Boah! Boah, geil! Schon mal super, erfolgreicher erster Angriff. Ja, ihr brecht immer ab und baut sicher selber noch da oben ein Ölbooturm. Das dauert sonst zu lang. Und da ist wahrscheinlich noch irgendwo einer, weil... Da muss einfach noch eines sein. Da ist noch so viel platz, ne? Naja. Abwarten und Tee trinken. Oder, wenn man keinen Tee mag, Limo. Saft. Trinkt Saft. Saft ist gesund. Trinkt Bananensaft. Schmeckt gut. Also, finde ich jetzt, dass Bananensaft gut schmeckt. Konstruktion abgeschlossen. So, grünen wir noch mit mehr Energie. Und das wird erst mal wieder gespeichert. Da darf ich noch zweitens mal an. Ich weh's nicht, ich weh's nicht. Das wäre schon schön, wenn ich die wegen dezimieren könnte. Ich weh's nicht. Ich weh's nicht. Ah, ich weh das mal, bis die noch fertig sind. Ich rüst das mal alle um, glaube ich. Ist besser. Aber wenn ich mit den Lumbi-Einheiten angreife, die verliere ich ja alle. Das ist, das ist nix. Und ihr baut solange noch ein paar Flakax. 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 Ihr baut Flakax. Fangt bloß mit der hinteren an. Euer Glück. So, jetzt hatte ich da noch einen gesehen. Und den da, der noch nicht recycelt ist. Geh. Geh sterben. Du wirst durch eine bessere Maschine ersetzt werden. Konstruktion abgeschlossen. Typisch. Gebäude wurde angegriffen. Naja, das ist jetzt gleich Schrott. Na dann mach. Es lebt noch. Okay. Aber auch noch grad so, ne? Noch. Ich seh schon gar keine Farbe mehr, egal wie nah ich an den Bildschirm rangehe. Muss ich wahrscheinlich erst die Auflösung oder so höher drehen. Oder greife ich so nochmal an? Ach komm. Ist immer mutig. Naja, verrückt würde eher passen, glaube ich. Oder fahren wir mal oben rum? Komm, wir fahren mal oben rum. Aha, nichts getroffen. Schnaps gestoffen. Butter gelegt. Hat's gut geschmeckt. Na komm. Gebt Gas. Ich hab heute noch mehr vor. Was? Ich würde noch so voll Graszeug machen. Ich hab auch keine Ahnung was. Gut, wenn da noch mehr Ölquellen sind, ist die Melbaumschluss vollgepflastert mit Verteidigungsanlagen. Was macht die Einheit da? Wird noch gebaut. Äh, da sollte noch ne Luftabwehr... Luft... Luftabwehr... Fluffy-Abwehr... ...hinbauen. Was ist denn das für ein Schläge? Ach, geil. Och. Gut, dass mein Commander vorne steht. Da kann nicht viel passieren. Oh, scheiß. Hat jemand dann. Okay. Rückzug. Alles klar, da muss ich also von unten... Nein. Ja. Pfff. Ah, ah, aber wenigstens was kaputtsprengt. Äh, kaputtsprengt. Ja, doch, kaputtsprengt haben wir. Gibt's das Wort überhaupt kaputtsprengt? Gibt's das Wort kaputtschrengt? Schrengt? Konstruktion abgeschlossen. Oh, check doch in den Karre auf. Sehr schön. Ja, doch. Konstruktion abgeschlossen. Hä? Soll ich dir nirgendswo zugewiesen? Äh, wo ist mein guter Commander? Äh, da fehlt noch einer, was? Aber ich vorhin eine verloren habe. Genau. Dann presst euch jetzt mal alle wieder durch diesen Gang da rein. Habe ich mir so ein Fleck ausgeführt für meine Basis, das muss ich sagen. Das kann man einfach nicht bestreiten. Eins, zwei, drei. Jetzt machen wir das noch zu und gut ist. Ja, das sieht bei mir ne Mauer aus. Aus vielen, vielen bunten Raketen. Oh Gott. Glück habe ich noch eine Stunde, sonst wird es eng. Okay, ich mache als erstes mal die Blatt. Klebe ich still noch Artefakt oder so. Dann kann ich auch die da oben platt machen. Ja. Insgesamt also eine relativ einfache Mission. Außer wieder am Anfang. Ich hänge immer wegen am Anfang. Fällt mir gerade zu wenig auf. Du bist recht nutzlos, ne? Ja, irgendwie schon. Elite, Elite. Wo ist mein anderer jetzt? Oh, da. Versteckt sich wieder, ne? Ich hoffe, der bekommt bald die nächste Stufe. Okay, jetzt muss ich noch dich umrüsten. Umrüsten, ja. Ich verschrotte dich und baue was Besseres. Dich muss ich verschrotten. Dich. Mach dann. Dich. Und dich. Mach dann nochmal vier. Komm, verschrottet euch. Na also. Dann dürft ihr nur noch so ganz nagelnigel neue Autos haben. Ja. Nigel, nagel, nagel, nigel, 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 ragel, rei, ringel, 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 rei, was weiß ich. Ach, das war jetzt so klar. Ich hätt's reparieren sollen vielleicht mal. Gebäude wird angegriffen. Konstruktion abgeschlossen. Schiebsinn in den Arsch. Braucht du oben noch was wirken? Braucht noch halt. Jetzt brauche ich erstmal da unten. Ich brauche erstmal da unten. Würde das Ding hin. War das da gestanden? War da gestanden. War da gestanden. Passt schon. Und ihr eiert nicht so dumm da rum. Sondern fahrt mal so hier so irgendwie. Keine Ahnung. Wo ist mein guter Commander? Dann kann ich den noch zuweisen. Zwei Einheiten. Gut, die eine und zwei gleich der andere. Was ihn ziemlich sinnlos macht. Da er kaum Einheiten hat. Aber egal. Aber den Trucken hier muss ich auch noch recyceln. Ich könnte beim Commander auch Ketten geben. Obwohl, nee. 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 Dauert's ja noch länger, bis die irgendwo wieder rauskommen. Dauert jetzt schon. Jetzt schon lang genug. Okay. Beschleunigen wir die ganze Sache mal ein bisschen. Was ist denn das so schlecht? Was? Ach, die war von meiner Luftfahrwehr da oben abgeschossen? Oder wie sehe ich das? Komm, finde ich drin. Tümmel, ma. Drei, baut weiter. Komm. Komm. Ah, Vaterlaneie. Ai, 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 ai. Super. Produktion abgeschlossen. Äh, da. Komm, nein, нет. Komm, nein, нет. Ah, jetzt. Gut, gut, gut. Ach, wer fertig. Konstruktion abgeschlossen. Fahrt mal rein und lasst euch reparieren. Voll am besten. Ey, da unten ist ja super Lagerplatz, ne. Zumindest solange ich keine Einheiten irgendwie verfrachten muss. Dann wird es wahrscheinlich echt unangenehm. Sind du denn da immer so komische Schläger oder billig mir die ein? Ich werde langsam paranoide, Verfolgungswahn und so, ne. Alle wollen mich kriegen, ne. Aber ich bin schlauer als sie.